Manchmal so frage ich mich nach längerem Schlaf und dann Nachträumen, wenn ich gut erholt bin, verstehst? Oh, wie geschieht mir im Traum, wie geschieht mir im Nachträumen, im Nachschlummern, im Halb, Luziden, Geschehen und Ohalme, ist es finster oder ist das der Mond? Das Licht des Mondes, es schimmert, es scheint, es schillert, es macht alles lichter, glanzfroh und dann sage ich, ja ist das so? Dann denke ich ja sozialpsychologisch, ursprünglich gedacht oder angelsächsisch, verstehst? Über Soziologie nachgedacht, was oder wie könnte ich das Konzept der Rolle noch ergänzen, das frage ich mich. Manchmal denke ich zurück 1934 an diese Zeit der Auslegung, verstehst? Die gesagt haben, ich, ich und dann haben wir gedacht, wenn der immer mit Ego-Zoom anfängt, verstehst? Da schaue ich lieber manchmal auf Mondschein und auf die Kätzchen, verstehst? Wenn ich an Soziologie denke, denke ich lieber an Anthropologie. Wenn ich an Anthropologie denke, denke ich lieber statt an Homo sapiens sapiens an die Vorfahren. Und wenn ich an die Vorfahren der Menschheitsgeschichte denke, an die Urzeit zurück, dann denke ich lieber überhaupt über Geschöpfeslehre. Das ist mir noch lieber, verstehst? Als nur die soziale Rolle oder die Rollentheorie oder was es sich die Einführung, die klassischen Studienmöglichkeiten, die kritischen Perspektiven daraus ein bisschen vom Rollenbegriff und von der Kritik darüber durchzuradern. Das ist langweilig. Deshalb sage ich, ich lese nichts mehr. Schon drei Jahrzehnte habe ich nichts gelesen. Weder über kulturelle Rollen, noch über sozial differenzierte Rollen, noch über soziale Rollen oder die Grenzbereiche zwischen Soziologie und Biologie. Verstehst? Weil die Kätzchen, die Kätzchen, kannst nicht sagen, ich grenze sie aus, ich grenze sie ein, ich erhebe sie so hinauf, verstehst? Oder ich will sie dämpfen. Das steht mir nicht zu, verstehst? Ich bin nicht die Majestät Gottes, die man Geschöpfe verfüllen kann. Ich darf nicht einmal der Katzenbrot vernichten. Das darf ich nicht. Das wäre ein schwerer Tatbestand. Verstehst? Tierquälerei. Und anderes nimmt sich raus, immer die Frucht des Leibes, den Nächsten zu töten. Des Nächsten. Sagen wir es so. Und da denke ich zurück 1887 schon. Da fährt ich. Verstehst? Das ist eine Gemeinschaft, Gesellschaft gesprochen. Über die Menschen, soziale Person, die Person. Verstehst? Der auch wieder die moderne Psychiatrie aufnimmt. Der Personal. Verstehst? Die Definition der Person, die Person, Person. Verstehst? Und der Träger. Differenziert und so weiter. Ganz beschrieben. Was ist ich? Die Charaktermaske. Was ist ich? Da denke ich mir drauf, drauf, drauf. Wenn ich jetzt noch weiterreden wollte, die Kätzchen würden verhungern, dann wären sie tot. Da sage ich, das Überdifferenzieren, verstehst? Ist nicht ausgewogen dazu. Es entspricht nicht der südländischen Kriminaldienste. Leikonomie, verstehst? Die würde angepfarrt. Die würde sterben. Jedermann, verstehst? Es würde ausgehungert, ausgeblutet werden. Er würde keine Nachkommen erzielen, keine Sexualität genießen, kein Butterbrot geschmiert kriegen. Verstehst? Da würde er eher noch in die Appel, verstehst? Ein Mensch sagen, okay, es reicht. Verstehst? Differenziert ist jetzt genug. Der Schuldenberg ist mehr als genug gemacht worden. Verstehst? Jetzt kommt die Hungerdosis, die Befriedigung, die Sehnsüchte, alle gleichzeitig. Verstehst? Eine Katze braucht rechtzeitig Wasser, rechtzeitig was zu essen, verstehst? Rechtzeitig für ihre Sanftmütigkeit, die Erfüllung. Verstehst? Sollt die Katze jetzt genug ernährt sein und selbst schon eine Sexualität praktizieren wollen, es wünschen, es zu tun, dann darf ich nicht ihre Brut zerstören. Das darf ich ja nicht. Auch wenn andere sagen würden, ja, du hast schon viele Kätzchen jetzt. Dann sage ich, ja, ich habe auch viel Geld eingesetzt und viel meine Kraft, jeden Tag besucht, kilometerweise gegangen, wie für die Kennedy-Mäuse. Über Generationen habe ich sie in Freiheit gelassen und bin ich sieben Kilometer jeden Tag gegangen, über mehrere Jahre, sieben Jahre etwa, um sie zu füttern, um ihre sehnsüchen Flangen zu stillen. Ich bin nachgelaufen, um ihre Wünsche von ihren Augen, von ihren Wimpern, von seinen leckeren, guten Mäulern herunterzulesen und zu sagen, ja, darf ich kommen, darf ich eure Mutter sein? Da sagten sie, ja, darfst du. Wir sind irgendwie glücklich, dass du so ein guter Kerl bist. Bist du leicht königlichen Ursprungs? Sag ich, ja, ja, bin ich. Mein Name ist Giovanni Manuel. Die Zahlen sag ich nicht, die Ziffer. Verstehst? Weil sonst könnte ich entführt werden. Sehr gefährlich. Und heute habe ich keine Schutzweste, ich habe keinen der Geheimdienste als Leibwache heute beordert. Ich habe Urlaub gegeben. Schweizergarde verzichte ich heute, schusslos getrage ich nicht. Verstehst? Waffen habe ich nur beim Wildern gehabt. Früher. Heute tue ich es nicht mehr. Verstehst? Es ist schade um diese anmutigen Geschöpfe, die Rehe, die Böcke, die Geißlein. Die Gelbsten, verstehst? Die sind so knapp. Anzahl. Ich würde es niemals mehr irgendwie was anfassen. Die Jugendjahre, verstehst du? Rebellenjahre sind dahin. So schön, wie der Elka Tafi war in seiner jugendlichen Qualität. Verstehst? Ist ein Mann nur einmal der schöne, markante Mann. Der schöne, der Tugendhafte, der keine Sünde hat im Herzen. Nur Gutes bewirken will. Verstehst? So wie diese Kätzchen. Anmutig, sanft und gut, der Donus geschmiedet. Und die sehnsüchtigen Blicke, die betilterregenden, guten Katzen. Verstehst? So, ich denke da immer an Sascha. Und ich denke auch, was ist ich, an die Söhne der Hoheiten in der Erde. Verstehst? Die vielleicht jetzt so 13 Jahre sind so Poverterbe an und die ein Beispiel haben wollen. Eines guten Mannes. Verstehst? Entweder, ich weiß nicht, wie Napoleon gedacht hat oder Aristoteles oder vielleicht Alexander der Große oder der der Tesa, der Julius, Augustus. Ah, das ist ich. Verstehst? Oder wie die Einzelmenschen denken. Dalai Lama. Verstehst? Oder Gandhi. Oder ein einfacher Schafhütte. Und ich höre dann zu, wie sie schlecken. Das ermuntert mich in die. Das gute Schlecken. Verstehst? Das höre ich so gern, wenn die Schafe im Chor schlecken. Also, da hat er sin Jesus Christus einmal einen Einfall erwecken lassen. Durch die Majestät der Gottheit, der vaterlichen, väterlichen Besuchsperson, hat er plötzlich einmal seinen Lieblingsjünger gefragt, liebst du mich? Da hat er gesagt, ja sicher liebe ich dich, das weißt du. Da hat er gesagt, hüte meine Schafe. Hat er ihm Vertrauen geschenkt. Weil er ihm bestätigt hat, ja ich liebe dich wirklich. Dann hat er noch einmal gefragt, ja liebst du mich denn wirklich? Dann hat er gesagt, dann kannst du noch mehr Schafe von mir hüten, wenn du mich so sehr liebst, dass du tugendhaft bist. Dann hat er sich gedacht, jetzt frage ich dich noch einmal, ob ich dir auch die jungen Lämmer geben kann. Hat er gesagt, ist das wirklich wahr? Liebst du mir jetzt wirklich viel mehr? Wirst du meine Gesetze immer treu behüten wollen? Hat er gesagt, ja, du weißt es doch, ich liebe dich. Hat er gesagt, ja, dann liebst du auch meine Kinder. Also meine Urenkel und in Ewigkeit alle Nachkommen. Ich vertraue dir an meine Lämmer. Verstehst du? Der Jesus Christus, das war ein gescheiter Mensch. Der beste Informatiker der Welt. Nur Erz-Enkel Gabriel hat genau das gleiche gesagt. Also du kannst jetzt nicht sagen, der Jesus Christus sei der gescheiteste Mensch gewesen, sondern du musst sagen, er hat genau dasselbe gedacht wie der Erz-Enkel Gabriel. Also es waren zwei Geistpersonen, die in der Intention dasselbe wollten. Also das Leben behüten. Verstehst? Irgendwo ist es einfach. Und wenn ich jetzt diese Katzen fragen wollte, liebst du mich tatsächlich? Dann würden sie sagen, ja, das siehst du doch. Sonst würden wir nicht kommen, so gierig, schlecker, schlecker, verstehst du? Das bestätigen. Das, was du berichtet hast, verstehst du? Über die sozialen Rollung. Dann sagst du, ja, deutsche Soziologie, das gefällt uns nicht. Dann sage ich, ja, dann höre ich auf. Muss ich nicht reden. Ich kann ja die Begriffsbenutzung, die Theorie der sozialen Rollen anfangen. Verstehst du? Die literarischen und bildnerischen Vorwegnamen. Von Shakespeare oder was weiß ich, all the world stage. Also all the world is a stage. Aber die ganze Welt ist eine Bühne. Oder ist doch was anderes. Man sagt, ja, bitte, bitte. Es gibt noch viele andere Sachen. Soziologische Rollentheorien des Individuums, die Priesterin, die Patriarchien, wie sie eingestellt ist, die sozialen Akteure, die Normen, die Positionen, Determinationen. Verstehst du? Die Nomenklaturen. Was ist ich? Aber dann sage ich, ich darf nicht so lange sprechen, weil die Katzen würden verhungern. Verstehst du? Wie ich? Taten habe ich nichts mehr davon, vom Differenzieren. Es ist genug differenziert worden. Das sagte ich bereits mehrmals. Man muss füttern auch einmal. Einmal Brut und Lasten. Verstehst die Katzen, bevor sie sterben. Weil sonst können sie die Brut nicht zogen. Und bei Menschen sagt man nicht budern lassen. Oder nicht fucken. Verstehst? Sagt man bei Menschen nicht. Bei Menschen sagt man, den Akt durchführen lassen ist ein Menschenrecht, wenn der Akt nicht nur zum sexuellen Genuss dient, sondern auch zur Zeugungskraft der väterlichen Ausprägung. Wenn du das unterschlagen wolltest mehrmals, dann sind das schwere Kriegsverbrechen. Verstehst? Wenn du alle Kinder allein schusterst und sexuell missbrauchst. Und darum geht es. Die rechtzeitige Erfüllung.